Ich bin Fadim Kapiak, meine Kollegin ist Olena Froliak. Und jetzt wiederholen wir die Erfahrung von vor drei Jahren, ein Interview mit dem Präsidenten und der First Lady. Frau Olena, Herr Volodymyr, guten Tag. Guten Morgen allerseits. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt. Sie waren damals Präsidentschaftskandidat, drei Monate in der ukrainischen Politik. Und ich begann das Interview mit der Frage, wie fühlen Sie sich in diesen drei Monaten in der ukrainischen Politik? Sie haben zwei Dinge gesagt, dass Menschen nicht das sind, was sie dachten, und dass sie ihre Familie viel mehr wertschätzen. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Und wir, wir erinnern uns alle. Das Fernsehen merkt sich alles. Drei Jahre sind vergangen. Heute ist der Jahrestag ihrer Amtseinführung. Das Land befindet sich im Krieg. Laut den Lesern des maßgeblichen Magazins Time. Wie fühlen Sie sich jetzt, nach drei Jahren und all dieser Erfahrung, in der ukrainischen Politik und sogar in der Weltpolitik? Was mich betrifft, glaube ich, dass es für mich heute keine großen Änderungen in den Werten und Prioritäten gegeben hat. Für mich ist die große Weltpolitik in erster Linie der Platz der Ukraine in der Welt, und das ist wahr. Vor drei Jahren war es eher ein Traum. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine politische Erfahrung. Geschweige denn diplomatische Erfahrung. Und heute verstehe ich, welchen Platz die Ukraine einnehmen sollte. Ich kämpfe für diesen Ort zusammen mit unserem Volk und zusammen mit unserer Armee. Denn in diesem Krieg kämpfen wir nicht nur für unsere Territorien und nicht nur für unser ganzes Land, sondern wir kämpfen auch um einen Platz in der Welt für unser wohlhabendes Land. Sie sehen, wir wollen nicht, entschuldigen Sie diesen Vergleich, in den Zähnen großer Imperien stecken bleiben. Wir sind definitiv kein Imperium. Und ich mag und beeindrucke diese Tatsache sehr. Wir sind ein anderer Staat. Wir haben eine ganz andere Mentalität. Und selbst wenn wir diese Gelegenheit hätten, wollen wir kein Imperium sein. Die Ukrainer haben die gleiche Einstellung. Außerhalb unserer Grenzen kann alles sein. Hauptsache, bei uns ist alles in Ordnung. Harmonie, Frieden, alle Familienmitglieder zu Hause am selben Tisch und Ruhe und Ordnung auf dem Land. Diplomaten kämpfen um den wichtigsten Platz unseres Staates auf Weltebene. Ihre Hauptaufgabe ist es, einen würdigen Platz unseres Staates untergleichen zu verteidigen. Und das ist der wichtigste Kurs unseres Landes. Infolgedessen wird es sich positiv auf unsere Beziehungen zur Europäischen Union oder zu bestimmten Verteidigungsbündnissen oder Sicherheitsgaranten auswirken. Aber das ist anders. Ich meine, das sind die Ergebnisse unserer konsequenten Politik. Und trotz des Krieges, ich sehe diese Abfolge, gehen wir diesen Weg. Und ich glaube, dass heute eines der Ergebnisse dieser Politik der Titel, Mann des Jahres, ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies der Titel aller Ukrainer ist. Unsere Ukrainer sind das Volk des Jahres. Und das alles ist das Verdienst der Vereinigung unseres Landes. Daher sind alle Orden, Orden, Preise, Namen von Straßen oder Plätzen, die an mich adressiert sind, tatsächlich nicht an mich adressiert, sondern an all jene Menschen, die unseren Staat verteidigen. Jeder an seinem Platz, der hinten steht und wer ist bewaffnet. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Bürgern und Gesellschaft. Die Gesellschaft ist hier, und Bürger, jemand ist abgereist, jemand ändert den Pass. Aber all das sind andere Dinge. Ich will sie nicht charakterisieren. Das war nicht die Frage. Ich habe so lange geantwortet. Sorry. Was hat sich verändert? Und die Antworten haben sich wahrscheinlich geändert. Wie ich höre, haben sich ihre Antworten geändert. Ich stimme dir zu. Es hat sich einiges geändert. Und ich sage dir ehrlich, ich genieße den Moment gerade. Was gestern passiert ist, ist bereits vergangen. Und wir wissen nicht, was morgen passieren wird. Aber in diesem Moment bin ich neben meiner Frau. Wir sitzen mit ihnen zusammen. Die Region Kiew ist besetzt. Wir verteidigen den Donbass. Das heißt, neben den üblichen Dingen gibt es für mich strategische Dinge, für mich als Person und als Präsident. Und ich versuche, all die positiven Emotionen zu bekommen, die im Moment da sind. Aber natürlich erfreue ich mich nur an den positiven Ergebnissen unseres Zustands. Weil ich mich nicht daran erfreuen kann, dass jemand blockiert ist, jemand verletzt ist, jemand gestorben ist und so weiter. Aber ich lebe heute. Das Wichtigste ist, dass ich anfing, besser zu sehen. Das heißt, im Laufe der Jahre habe ich begonnen, ein wenig schlechter zu sehen, wenn es um kleine Dinge geht. Aber große Dinge, wie zum Beispiel, was als nächstes passieren wird, was wir wollen, ich denke, diese Dinge habe ich im Grunde angefangen zu sehen. Frau Olena, in einem Interview vor drei Jahren waren Sie mit der Idee Ihres Mannes, für das Präsidentenamt zu kandidieren, nicht zufrieden. Es ist unproduktiv, etwas zu bereuen. In drei Jahren hat sich viel verändert. Der Krieg begann. Was sind deine Gefühle jetzt? Was hat sich nach dem Krieg im Leben Ihrer Familie verändert? Und wie haben Sie sich persönlich verändert? Ich erinnere mich an unser Gespräch und kann erklären, warum ich damals solche Gefühle hatte. Mir scheint, wie jeder Frau, dass ich verstanden habe, dass unsere Familie, wir beide und mein Mann vor großen Herausforderungen stehen, mit denen wir kämpfen und leben müssen. Und natürlich wollte ich, wie jeder Mensch, der Frieden will, solche Veränderungen wirklich nicht. Aber ich verstand auch, dass er mit allen Prüfungen fertig werden konnte. Ich wusste nur, dass es schwer werden würde. Es war nicht einfach, und jetzt natürlich nicht einfach. Und ich kann nicht sagen, dass sich seit Beginn dieses Krieges viel geändert hat. Da er ein zuverlässiger Mann und ein guter Mann war, blieb er. Seine Überzeugungen haben sich nicht geändert. Seine Sichtweise hat sich nicht geändert. Und die Familie ist natürlich, wie alle ukrainischen Familien, jetzt getrennt. Ihr Krieg hat ihren Mann praktisch weggenommen. Niemand wird mir meinen Mann wegnehmen, nicht einmal der Krieg. Aber ja, er lebt bei der Arbeit. Wir sehen ihn kaum. Wir haben uns zweieinhalb Monate nicht gesehen, oder? Wir haben nur telefonisch gesprochen. Jetzt hatten wir mehrere Gelegenheiten, uns zu sehen. Und ich bin Ihnen auch für diese Gelegenheit dankbar, weil wir jetzt Zeit miteinander verbringen. Dating auf Sendung. Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Das ist, wissen Sie, eine tolle Gelegenheit, gemeinsam Tee zu trinken. Die Magie des Fernsehens. Die Magie des Fernsehens. Danke für das. Ich werde nicht sagen, dass sich unsere Familie verändert hat. Vielleicht habe ich mich verändert? Das kann man sagen. Ich bemerke es nicht. Du bist schön. Du siehst sehr gut aus. Vielen Dank. Das heißt, wir, wie alle in dieser schwierigen Zeit, halten durch. Alles ist gut. So ist es auch in unserer Familie. Leider können wir uns nicht hinsetzen, mit der ganzen Familie zu Abend essen, über alles reden, etwas planen. Wir sprachen am Telefon darüber, dass wir beide zu Abend essen würden. Du konntest einfach nicht alles mit mir teilen. Also essen wir am Telefon zu Abend. Aber ich habe das Gefühl, dass sie etwas vor mir versteckt und etwas Leckeres gegessen haben. Und ich habe es nicht gegessen, denke ich. Es ist alles ein Witz. Sehen Sie, alles ist in Ordnung. Wir machen nur Witze. Aber wir warten wirklich darauf, dass eine Wiedervereinigung möglich ist, wie alle Familien in der Ukraine, die jetzt getrennt sind, die auf ihre Verwandten warten, die wieder zusammen sein wollen. Bevor ich auf einige dieser wichtigen militärischen Angelegenheiten zu sprechen komme, Herr Präsident, auf die Sie während Ihrer bisherigen Präsidentschaft am meisten stolz sind, denn ich möchte auch dazu etwas fragen. Worauf bin ich stolz? Die meisten in diesen drei Jahren. Ich denke, das ist ständiger Respekt für unsere Leute. Und das sind nicht nur banale Worte. Und es geht nicht nur um Krieg. Unsere Leute zeigten sich von ihrer besten Seite und in Friedenszeiten. Menschen sind die Umgebung, sie sind diejenigen, die sie sehen, die für sie sind und für die sie sind. Und unsere Leute sind die Besten. Ich habe immer an das ukrainische Volk geglaubt, immer. Und die Stärke unseres Volkes während dieses Krieges ist ein weiterer unbestreitbarer und höchst wichtiger Beweis nicht nur für mich, sondern für die ganze Welt, dass wir unbezwingbare Menschen haben, die einen starken Geist haben. Und darauf bin ich definitiv stolz. Ja, darauf bin ich stolz. Darauf bin ich wirklich stolz. Ich werde anders fragen. Zwei weitere Dinge. Zwei mehr? Ich habe nach einem gefragt. Über einen, dann alles. Ich formuliere die Frage anders. Was war Ihr größter Erfolg in den letzten drei Jahren? Es ist wirklich schwer für mich zu sagen. Das war schon immer so. Es fällt mir schwer, über mich selbst, meine Handlungen oder die Handlungen meiner Mitmenschen zu sprechen. Das ist sehr schwer zu sagen. Mir scheint, dass nur jedes Ergebnis bewertet werden soll und kann. Wenn Sie das Ziel erreicht haben, alles in Ihrer Macht Stehende getan und Ihre Arbeit vollständig abgeschlossen haben, wird das Ergebnis Ihrer Arbeit offensichtlich. Und es ist möglich, es zu schätzen. Wenn wir über den Krieg sprechen, darüber, was passiert ist und jetzt passiert, müssen wir die Feindseligkeiten beenden, das Land von Eindringlingen befreien, das Ende erreichen, trotz des warmen und so milden Frühlingswetters vor unseren Fenstern. Hinter unseren Fenstern sehen wir einen friedlichen Himmel. Aber wir sehen nicht, was sich außerhalb der Fenster in anderen Städten abspielt. Und es gibt einen echten, schrecklichen Krieg. Das Leben geht in unserer Region Kiew weiter, die von den Eindringlingen befreit wurde. Aber aus verschiedenen Informationsquellen erfahren wir, dass der Krieg in der Ukraine weitergeht. Erst wenn der Krieg vorbei ist, werden wir das Ergebnis sehen und schätzen können, was wir tun. Ich denke, so wird es passieren. Das ist vernünftig. Es macht also keinen Sinn, nach Ihren Fehlern zu fragen, weil wir nicht wissen, ob es ein Fehler sein wird oder nicht. Sie haben angefangen, über Menschen zu sprechen. Und ich möchte Sie etwas über Sie fragen. Ich begann das Gespräch, indem ich sagte, dass Sie nach drei Monaten in der ukrainischen Politik gesehen haben, dass die Menschen möglicherweise nicht das sind, was sie dachten. Jetzt sind Menschen unser größter Wert. Sie befinden sich in einer Situation, in der es nur noch sehr wenige Menschen gibt, die mit Ihnen begonnen haben, in der Politik zu arbeiten. Warum ist das passiert? Und das ist meiner Meinung nach ein tolles Ergebnis. Wirklich. Erstens liegt es immer in meinen Prioritäten, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und es ist viel einfacher und angenehmer, es mit Gleichgesinnten zu tun, mit Menschen, die die gleichen Lebenswerte haben. Und dass ich mich von vielen Menschen verabschieden musste, zeigt, dass ich jetzt Gleichgesinnte neben mir habe. Zweitens verändert die Politik die Menschen. Ich möchte dieses banale Wort, Vetternwirtschaft, nicht verwenden. Aber ich glaube trotzdem fest daran, dass es in der Politik keine sehr nahen und sehr fremden Menschen gibt. Die Politik ändert die Situation und wir müssen uns schnell anpassen. Du musst laufen. Der Krieg veränderte auch die Situation. Nicht alle Menschen sind weggelaufen. Jemand rannte in die andere Richtung. Jemand hat sich entschieden, ins Ausland zu fliehen oder flieht möglicherweise noch. Aber ich bin mir sicher, dass diese Menschen vor allem vor sich selbst fliehen, nicht vor der Ukraine. Ich bin mir sicher. Und die Zuverlässigsten bleiben im Land. Manche Leute haben mich sogar überrascht. Sie blieben hier, wir arbeiteten zusammen. Sie haben mich überrascht, dass sie unser Land und ihre Position nicht verlassen haben. Und wir arbeiten jetzt Seite an Seite mit ihnen. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, Schwäche zu zeigen. Oder vielleicht ist es nicht Schwäche, sondern Angemessenheit. Ich kann diese Aktionen jetzt nicht angemessen bewerten, weil wir nicht wissen, wie es enden wird. Ich bin sicher, dass uns der Sieg erwartet. Daran glaube ich seit dem ersten Kriegstag. Wir gehen diesen Weg, zum Sieg. Und es gibt keinen Scheideweg. Und es gibt keine Alternativen. Und es gibt kein Diskussionsthema. Wir haben nur ein Ziel, den Sieg. Auch wenn wir in die Europäische Union reisen, gehen wir unterschiedliche Wege und Herangehensweisen. Weil alle Menschen unterschiedlich sind. Und in diesem Fall schließen sich unsere Diplomaten der Arbeit an. Aber im Krieg mit Russland haben wir nur einen Weg. Ich verstehe also, warum Menschen das Land verlassen. Dies wird durch Politik, Krieg, Werte und wahrscheinlich Zeit beeinflusst. Die Zeit verändert die Menschen. Und Menschen ändern sich und verlassen dich. Wladimir Aleksandrovic, ich möchte auf das Thema Krieg zurückkommen und etwas erwähnen. Vielleicht hast du etwas anderes erwartet? Namen? Nein. Es geht nicht um Nachnamen. Es gibt nur eine Abweichung. Sie sagen, dass die Politik die Menschen verändert, und Frau Olena sagt, dass sie sich nicht verändert haben. Hast du dich nicht nur für sie verändert? Vielleicht bin ich kein Politiker. Sie sind kein richtiger Politiker. Fühlen Sie sich nicht wie ein Politiker? Ich fühle mich definitiv wie ein Präsident. Das ist eine großartige Antwort. Mir scheint, ihr großer Vorteil ist, dass sie sich nicht ganz als Politiker fühlen. Besonders jetzt, wo sich das Land im Krieg befindet. Aber gehen wir zurück in die Zeit, als sie Politiker wurden. Bußgeld. Ich erinnere mich, Volodymy Aleksandrovic, was sie gesagt haben, als sie auf der Hohen Tribüne standen. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Aber wir müssen ihn beenden. Dann haben sie geglaubt, dass es diplomatisch enden könnte. Wenn heute ein großer Krieg stattfindet, ist uns klar, dass wir ihn nicht durch Diplomatie, sondern nur auf dem Schlachtfeld gewinnen werden. Wann haben sie das gemerkt? Und warum können wir nicht diplomatisch gewinnen? Wann habe ich es gespürt? Wenn möglich, werde ich Ihnen diese Frage heute nicht beantworten. Ich weiß genau, wann mir klar wurde, welche Wahl ich getroffen habe. Ich kenne meine Einstellung zu verschiedenen Dingen genau und ich weiß genau, worauf ich mich vorbereitet habe. Deshalb glaube ich, dass diese Frage heute nicht beantwortet werden sollte. Aber nichtsdestotrotz hat sich die Bedeutung der Worte, die Sie gerade erwähnt haben, wirklich geändert. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Aber wir müssen ihn beenden, ist wahr. Ich kann sie heute Wort für Wort wiederholen. Aber ihr Inhalt wird ein anderer sein. Das stimmt. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Aber wir müssen ihn beenden. Ich dachte wirklich, dass der Krieg nur durch Verhandlungen beendet werden könnte. Ich verstehe, dass das Ende dieses Krieges auch diplomatisch sein wird. Das Ende. Aber leider dachte ich, dass dies Verhandlungen waren, die eine angemessene Frist hatten. Ich dachte, dass wir durch Verhandlungen Antworten auf viele Fragen finden und viele Entscheidungen zusammen mit der russischen Seite treffen könnten. Das dachte ich mir wirklich. Aber leider ist diese Situation mit einem Auto zu vergleichen, das nicht mit Benzin fährt und kein Elektroauto ist. Dies ist eine Hybride. Deshalb ist dieser Krieg so schwierig. Und der Sieg wird sehr schwierig sein. Der Sieg wird blutig sein. Wir werden es definitiv im Kampf bekommen. Aber alles wird mit Verhandlungen enden. Da bin ich mir sicher. Denn es gibt einige Dinge, die wir nur durch Verhandlungen lösen können. Weil wir alle unsere Gebiete zurückgewinnen wollen und die russische Föderation nicht alles verschenken will, will sie nichts verschenken. Deshalb wird das Ende des Krieges so sein. Ich erinnere mich, dass Sie in den Tagen vor dem Krieg etwas nervös waren, als der westliche Geheimdienst Ihnen riet, sich auf eine Invasion vorzubereiten, und sagte, dass alles sehr schwierig werden würde. Sie antworteten, Sie sollten keine Panik verbreiten, Sie haben alles im Griff. Hast du wirklich nicht geglaubt, dass der Krieg beginnen würde? Damals befanden wir uns bereits im Krieg. Großangelegter Krieg. Ja, wir lebten in einem ständigen Krieg, der völlig hybrid war. Schon vorher gab es viele Angriffe und Cyberangriffe und so weiter. Wir haben verstanden, aus welchen Gebieten dies geschah. Sie erinnern sich, dass die Websites der Nationalbank und der Ministerien wegen der Angriffe nicht funktionierten. Ich möchte nicht über den Druck auf die Strafverfolgungsbehörden und unsere Geheimdienste sprechen. Es war lange vor der groß angelegten Invasion Russlands in der Ukraine. Wir haben verstanden, was passiert, Vorbereitung. Aber den Umfang und die Arroganz dessen, was wir sahen, verstand niemand ganz. Es ist eine Sache, wenn man bedenkt, dass Panzer wahrscheinlich aus Weißrussland kommen werden. Und es ist eine andere Sache, wenn Russland die Ukraine über Weißrussland angreift. Und es ist eine andere Sache, wenn Raketen aus Weißrussland fliegen. Es scheint, dass der Unterschied gering ist, und als wären wir gewarnt worden, gab es Berichte, dass von der anderen Seite die Offensive beginnen könnte. Aber der Unterschied ist groß. Mit wem bist du im Krieg? Befinden sie sich im Krieg mit den Kräften und Mitteln, die sich auf dem Territorium von Belarus befinden, die Belarus durchqueren und in die Ukraine gehen? Oder befinden sie sich im Krieg mit zwei Ländern? Der Teufel steckt im Detail. Daher wusste bis zum Schluss niemand, was los war. Und alle Informationen, die uns der Geheimdienst zur Verfügung gestellt hat, waren nicht ganz richtig. Weil niemand die Details kannte. Alle bereiteten sich auf verschiedene Veranstaltungen vor. Wir haben unsere eigenen vorbereitenden Aktivitäten durchgeführt. Verschiedene Aufklärungen unserer Partnerländer, ihre Aktivitäten. Alle Länder haben auf diese Warnungen reagiert. Aber niemand hatte mehr Details, als wir kannten und besaßen. Niemand hatte. Alles, was der Geheimdienst uns gesagt hat, ist passiert. Und nichts weiter als das. Wir können das alles ehrlich gesagt stundenlang diskutieren und uns daran erinnern, wie es passiert ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Offensive im Oktober begonnen hat. Und hier können wir uns erinnern, wie wir uns vorbereitet haben und was passiert ist und was die Botschaften waren und was die ersten Schritte waren, wirtschaftlich, finanziell, Cyber, Blockierung und Benzinknappheit. Und wie es passiert ist, Energie reduzieren und so weiter. Und alles begann im September-Oktober, obwohl es im Prinzip fair wäre, mit dem 2014. Jahr zu beginnen. Aber wenn wir von einer groß angelegten Invasion sprechen, dann hat alles meiner Meinung nach im Herbst begonnen. Aber die groß angelegte Offensive begann am 24. Februar. Jetzt fragen sich die Ukrainer, wenn sie sich treffen, wo wart ihr, als der Krieg begann? Einige waren auf dem Kilimanjaro, andere in Mexiko und wieder andere zu Hause. Ich bekam einen Anruf von der Arbeit und habe morgens um vier Kaffee gekocht. Krieg, nicht Krieg, und Kaffee sollte getrunken werden. Erinnerst du dich an die vierte Morgenstunde des 24. Februar? Können Sie über die ersten Emotionen sprechen, den ersten Anruf? Wir sind die Dritten. Wir waren nicht auf dem Kilimanjaro. Wir waren zu Hause. Ich war auch zu Hause. Und ich war auch dabei. Wenn wir alle zu Hause wären, wer war dann auf dem Kilimanjaro? Es gibt solche Helden. Um vier Uhr morgens machen wir normalerweise keinen Kaffee. Ich trinke ihn definitiv nicht so früh. Ich erinnere mich, dass ich von den seltsamen Geräuschen vor dem Fenster aufgewacht bin, wahrscheinlich wie alle anderen auch. Da war es dunkel, fast Nacht. Ich sah mich um und sah, dass Veladi mir nicht da war. Ich ging ins Nebenzimmer und fand ihn dort. Er war bereits angezogen, im Anzug, aber ohne Krawatte. Ich fragte ihn, was ist los? Er sagte nur, es hat begonnen. Die Gefühle, die mich überwältigten, konnten nicht genau wiedergegeben werden. Es war sowohl Entsetzen als auch Betäubung. Und Veladi mir ging nach diesem kurzen Satz. Und danach können wir sagen, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Und ehrlich gesagt verstehe ich, dass er damals sehr angespannt war. Uns allen wurde sofort klar, dass sich das Leben für immer verändert hatte. Und jetzt freue ich mich wirklich darauf, dass er mir sagt, dass es vorbei ist. Alle warten auf den Sieg. Darauf warten alle. Ich glaube, dass ich nicht der Erste sein werde, der diese Worte von ihm hört, weil er jetzt ständig am Werk ist. Also möchte ich es mit anderen hören, zumindest im Fernsehen. Du sagst? Ich bin mir sicher, diese Leute werden es dir sagen. Alle Informationen gehen durch sie hindurch, durch das Fernsehen. Wir konnten Explosionen hören. Elena hat vollkommen recht. In diesem Moment war ich absolut bereit. Ich wollte ausgehen. Ich wurde vor diesen Explosionen gewarnt, die wir gehört haben. Ich habe das Signal etwas früher erhalten, als der Beschuss gerade begonnen hatte. Obwohl vielleicht sogar früher. Alle unsere Regierungsdienste haben schon seit einiger Zeit auf den Angriff gewartet. Geheimdienst und Militär waren bereits in Alarmbereitschaft. Sie überwachten den Bereich, von dem aus ein Angriffsrisiko bestehen könnte. Deshalb wurde ich sofort informiert, als die Vorbereitungen für den Beschuss begannen. Und sobald ich das Signal erhielt, machte ich mich sofort an die Arbeit. Elena hat im Prinzip schon alles erzählt. Aber ich erinnere mich, dass ich sagte, dass es notwendig war, den Kindern ruhig zu erklären, dass der Krieg begonnen hatte, ohne etwas zu erfinden. Weil jeder verstehen muss, wie man sich im Krieg verhält. Ich erinnere mich, dass ich zuvor sehr spät nach Hause zurückgekehrt bin. Weil eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine stattfand. Und dort haben wir diese Themen besprochen, und alle Dokumente wurden vorbereitet und eine Struktur für das, was wir tun würden, entwickelt. Wir haben verstanden, dass der Staat im Falle eines Krieges als ein einziger Organismus funktionieren sollte. Jeder sollte in seiner Position sein, um die Finanzstruktur sicherzustellen. Wir haben auch einige Dinge im Voraus getan, was die Staatsbank und die Staatsreserven betrifft. Das heißt so zu sagen, alles war sicher. Wir haben die Risiken verstanden und im Voraus einen Aktionsplan entwickelt. Mir scheint, dass diese Maßnahmen am Tag vor dem Krieg getroffen wurden. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau, um ehrlich zu sein. Hat Elena den Kindern vom Krieg erzählt? Ja, natürlich. Das musste ich ihnen erklären, als ich sie morgens um vier weckte und sagte, nur für alle Fälle, lasst uns packen. Aber sie haben mich sogar überrascht. Es gab keine Wutanfälle. Ich versuchte, energisch und fröhlich zu sein, als wäre nichts Schreckliches passiert. Und sie befolgten alle meine Anweisungen schnell und diszipliniert und sammelten schnell Dinge. Natürlich war nach einer Weile klar, dass wir uns gar nicht vorstellen können, Papa wiederzusehen. Deshalb haben wir alle mehrmals geweint. Aber jetzt versuchen die Kinder, nicht den Mut zu verlieren. Sie wissen, dass ihr Vater nicht aufgibt, und sie werden nicht aufgeben. Herr Präsident, da wir über den 24. Februar gesprochen haben, wie bereit waren wir im militärischen Sinne für diesen Tag? Weil ich zum Beispiel in Bucha lebe und es mich überrascht hat, wie schnell russische Truppen in Bucha gelandet sind. Tatsächlich sind es in der Nähe von Kiew nur wenige Kilometer bis zur Hauptstadt. Waren wir darauf vorbereitet? In Bezug auf die Größe der von der russischen Föderation eingesetzten Streitkräfte, die absolut alles einsetzten, sogar Reserven, sowie die sogenannte, stille Mobilisierung. Das heißt, es war nicht laut. Es war ein Geheimnis, denn Mobilmachung ist ein offener Hinweis auf Krieg. Und sie konnten uns nicht den Krieg erklären und nannten es eine Militäroperation. Daher wissen wir, dass es diese geheime Mobilisierung gab und sie viele Truppen auf die Krim und nach Weißrussland in verschiedene Richtungen schickten. Und das einzige Gebiet, in dem wir keine große Truppenkonzentration gesehen haben, ist Transnistrien. Und wir wussten über alles andere Bescheid. An den Grenzen der Ukraine ist nichts Besonderes passiert. Es gab die gleiche Truppenkonzentration wie vor einem Jahr. Und sie hat nicht zugenommen. Sie bewegten sich weg, näherten sich, sie hatten Rotationen und so weiter. Ihre Zahl war beträchtlich. Ich glaube, dass heute kein europäisches Land ein solches Volumen bewältigen könnte. Wie sie gekommen sind, ist schwer einzuschätzen. Obwohl das Militär und die Analysten immer gesagt haben, dass die Ukraine nicht bereit sein wird, wenn es sich um eine umfassende Invasion der russischen Föderation handelt. Warum so? Denn unser Territorium ist 28 mal kleiner als das Territorium Russlands. Aber unser Land ist immer noch groß. Und sie können nicht alle ihre Bemühungen nur auf beispielsweise die Nähe von Kiew konzentrieren, wenn sie von einer großen Armee angegriffen werden. Wir müssen noch über Luftverteidigung, Panzer und andere Ausrüstung nachdenken. Die Professionalität des Militärs ist von großer Bedeutung. Wir sind sehr dankbar für die Territorialverteidigung. Aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Berufssoldaten und unzureichend ausgebildeten Soldaten. Jeder versteht dies. Und all diese Menschen und Geräte sind über das ganze Gebiet verteilt. Natürlich gibt es nicht genug Soldaten. Um unser Territorium zu schützen, brauchen wir mindestens 250.000 oder sogar 260.000 Menschen. Und wir hatten nur 120.000 Kampftruppen. Also unterzeichnete ich zu Beginn des 22. Jahres einen Befehl, die Armee im folgenden Jahr um 100.000 aufzustocken. Und es spielt keine Rolle, ob Geld im Budget ist oder nicht. Wie sich herausstellte, brauchen wir es lebenswichtig. Aber selbst diese zusätzlichen 100.000 konnten den Feind nicht aufhalten. Sie konnten nicht. Heute wird unser Land nur von 700.000 geschützt. Und in drei Monaten sehen sie das Ergebnis der Arbeit von 700.000 Menschen, die unser riesiges Territorium bekämpfen und verteidigen. Und hier sollte beachtet werden, dass dies die Nummer zur Zeit des Krieges ist. Dies geschah als Folge der Invasion. Wenn uns sofort geholfen würde, wären die Zerstörung der Infrastruktur und die Zahl der Menschenopfer natürlich viel geringer. Ich möchte jetzt nicht über die NATO diskutieren. Aber es gibt Waffen in NATO-Ländern, die uns helfen könnten, den Himmel vor den ersten Raketen zu schließen, die auf unser Territorium abgefeuert werden. Sie haben Patriot, ernsthafte Luftverteidigung und so weiter. Aber sie haben uns nicht geholfen. Panik brach im Land aus, Menschen begannen zu fliehen, warfen ihre Autos an den Straßenrand, verursachten Staus. All dies war für den Feind von Vorteil. Daher werde ich auf die Frage, ob es möglich war, sich auf diesen Krieg vorzubereiten. Wie folgt antworten, dass wir gut vorbereitet waren. Der Feind wusste nichts von vielen unserer Überraschungen, die wir für ihn vorbereiteten. Aber später erfuhr er davon. Sie erinnern sich jedoch wahrscheinlich, dass damals alle Analysten glaubten, dass die russische Armee unser Land in zwei oder drei Tagen erobern würde. Dies ist eine bekannte Tatsache. Das dachten damals fast alle. Militäranalysten müssen ihre Analysemethoden überprüfen. Alles wurde bereits überprüft. Alles wurde vorbereitet. Wir mussten militärische Angelegenheiten eingehend studieren. Und unsere amerikanischen Partner, wenn sie von uns Listen mit unseren Bedürfnissen erhalten, verstehen deutlich, dass wir diese Frage im Detail verstehen. Wir brauchen viel Geld, nicht nur um unsere Ausrüstung und Waffen umzurüsten. Sondern auch, um von sowjetischen Waffen auf NATO Waffen umzurüsten. Dies ist sehr schwierig, wenn sie kein NATO-Mitglied sind, da sie in diesem Fall keine Lizenz haben und ihnen niemand Waffen verkauft. Das war alles vor dem Krieg. Einige rieten uns, Gräben auszuheben. Aber das Graben von Schützengräben kann einem Land wie Russland nicht entgegengesetzt werden. Weil es unmöglich ist, den Krieg mit einer Schaufel zu gewinnen. Und deshalb haben wir nach Waffen gefragt. Und sie haben uns gehört. Jetzt sprechen US-Militäranalysten über eine Neubewertung ihres Arbeitssystems. Nur einer der amerikanischen Geheimdienste konnte den heftigen Widerstand der Ukrainer vorhersagen. Wenn wir schon über den Krieg gesprochen haben, darf ich nach Mariupol fragen. Alle machen sich Sorgen um das Schicksal unserer Verteidiger, weil sie jetzt alle beobachten. Ich verstehe, dass nicht viel zur Sicherheit dieser Menschen gesagt werden kann. Aber wenn etwas gesagt werden kann, sagen Sie es bitte. Eines ist sicher. Sie sind absolut heldenhafte Menschen. Aber vergessen wir bitte nicht, dass es nicht nur die Nationalgarde gibt. Denn über die Nationalgarde wurde ständig und überall gesprochen. Ich möchte dies betonen. Auf dem Territorium von Assovstal gibt es 400 weitere Grenzschutzbeamte. Viele von ihnen wurden verwundet und getötet. Aber 400 verbleiben auf dem Territorium des Werks, Fallschirmjäger, Polizisten und sogar Vertreter des Sicherheitsdienstes der Ukraine. Darüber hinaus bleibt eine große Anzahl von Medizinern, Militärmedizinern und einfachen Einheimischen in der Stadt. Und jetzt können wir ohne Zweifel sagen, dass all diese Menschen echte Helden sind. Wie und was passiert ist, ist eine Frage, die später beantwortet wird. Aber alle diese Leute sind echte furchtlose Verteidiger von Mariupol. Sehr viele Menschen starben. Leider sind viele unserer tapferen Piloten gestorben. Und sie sind auch sehr heldenhafte Menschen. Sie wussten, wie schwierig es war, nach Assovstal zu gelangen, fast unmöglich. Und versuchten es dennoch, um Medizin, Lebensmittel und Wasser an die Verteidiger von Mariupol zu liefern. Die Leichen der Toten mussten entfernt und die Verwundeten transportiert werden, um sie angemessen medizinisch zu versorgen. Dort ist alles passiert. Niemand konnte etwas sagen. Du fragst. Warum? Weil es wegen des Einsatzes einer starken russischen Luftverteidigung keine Luftkorridore nach Assovstal gab. Russland kontrollierte den Himmel. Also haben wir um Hilfe gebeten, um den Himmel zu schließen. Wir haben ständig um Hilfe gebeten. Wir hatten keine Angst vor ihren Flugzeugen, obwohl sie auch gefährlich sind. Aber wir haben gesehen, dass ihre Piloten auch Angst hatten, abzuheben, weil sie auch starben. Das Hauptproblem war ihr Luftverteidigungssystem und ihre Raketen. Es war unmöglich, sich einfach Mariupol zu nähern. Viele Wochen lang versuchten Hubschrauberpiloten, Assovstal zu erreichen. Wohl wissend, dass 90% von ihnen nicht zurückkehrten. Stellen Sie sich vor, unsere Piloten wären trotzdem dorthin geflogen. Sie saßen an der Spitze und riskierten ihr Leben, um Nahrung, Wasser und Waffen zu liefern und verwundete Soldaten zu Menschen zu bringen, die in der Anlage gestrandet waren. Viele unserer Piloten starben. Ich denke, sie sind alle echte Helden. Wenn wir also über Mariupol sprechen, möchte ich, dass wir all diese Leute erwähnen. Und was kommt als nächstes? Und dann die Evakuierung. Bis heute wurden alle Zivilisten deportiert. Diejenigen, die in der Anlage eingeschlossen waren, und die Evakuierung anderer Zivilisten, die in der Stadt selbst waren, hat vor langer Zeit begonnen. Die Sanitäter wurden bereits herausgenommen, die Schwerverwundeten wurden herausgenommen und die Verwundeten wurden herausgenommen. Und genau in diesem Moment, während unseres Gesprächs, das weiß ich ganz genau, findet auch eine Evakuierung statt. Ich denke, dass in naher Zukunft die Entfernung aller abgeschlossen sein wird. Hoffen wir es mal. Wir hoffen, dass es mit Hilfe von Vermittlern, die unsere westlichen Partner sein werden, eine vollständige Entsperrung geben wird. Ich habe die Staats- und Regierungschefs der Türkei, der Schweiz, Israels und Frankreichs um Hilfe bei den Verhandlungen mit der Russischen Föderation gebeten, als wir sahen, dass es unmöglich war, die Blockade mit militärischen Mitteln aufzuheben. Ehrlich gesagt, glauben Sie mir, ich habe dieses Thema dutzende oder sogar hunderte Male ausführlich mit den Führern anderer Staaten besprochen und sie gebeten, unseren Soldaten geeignete Waffen zur Verfügung zu stellen, um Mariupol militärisch zu erreichen und unsere Leute zu entsperren. Und Menschen, die bereit waren, an dieser Operation teilzunehmen, waren sich zu 90% sicher, dass sie nicht lebend zurückkehren würden. Übrigens gab es viele solcher Freiwilliger, absolut heldenhaft, die ihr Leben riskieren wollten, um ihre Kameraden zu entsperren. Aber wir haben, was wir haben. Bis heute haben die Jungs in Mariupol ein Signal vom Militär erhalten, dass sie jedes Recht haben, zu gehen und ihr Leben zu retten. Unsere Soldaten und das Militärkommando übermittelten diese Worte an alle, die in Assovstal blockiert waren. Der Vermittler war zusammen mit den oben erwähnten Ländern auch Vertreter der Vereinten Nationen. Wir wahren uns mit dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Und heute wurden unsere Soldaten aus Assovstal bereits evakuiert. Und alles wird von der Rolle der UNO, des Roten Kreuzes und der Russischen Föderation abhängen. Und es hängt jetzt von ihnen ab, ob unsere Jungs aus Mariupol sicher sind. Was passiert als nächstes? Und dann werden sie ein Austauschformat erwarten? Das heißt, ich denke, für heute wird der von unserer Intelligenz geführte Prozess enden. Es ist ein Prozess der Evakuierung, des Rückzugs und der Vorbereitung auf Dialog und Austausch von Kriegsgefangenen. Genau das haben sie heute schon gefragt, ob es andere diplomatische Wege zur Lösung des Konflikts als das Militär gibt. Es gibt Momente im Krieg, in denen auch die Diplomatie funktionieren muss. Natürlich nehmen wir sie mit nach Hause, das müssen wir gemeinsam mit unseren Partnern tun, die auch Verantwortung übernommen haben. In diplomatischer Hinsicht haben sie immer wieder ihre Bereitschaft zu einem Treffen mit Wladimir Putin betont. Was ist der Zweck dieses Treffens? Glauben Sie, dass dieses Treffen den Krieg beenden kann? Wie wird das Treffen stattfinden? Wenn wir uns zu Beginn des Krieges getroffen hätten, wäre das Gespräch anders verlaufen. Wir verstehen die Situation in der Ukraine. Wenn wir uns heute treffen, werden wir über die besetzten Gebiete sprechen. Wir wissen nicht, wie die Situation in zwei Monaten sein wird. Wir können vorhersagen, was wir tun werden, und das Ergebnis vorhersagen. Aber es wird uns keine hundertprozentigen Informationen über die Zukunft geben. Das ist nicht länger Realität, denn unsere Realität ist hier und jetzt. Unsere Kernpunkte sind also, Fragen des Austauschs, der Deokupation, des Friedens und der Beendigung des Krieges anzusprechen. Das sind alle unsere Ziele, so waren sie am Anfang. Vielleicht waren sie nicht so spezifisch, weil die Ergebnisse des aktuellen Krieges keine Einzelheiten enthielten. Heute, wenn es das eine oder andere Spezifische gibt, verstehen wir die Bedrohungen, Risiken, wie viele Menschen und wo sie sich befinden. Wir verstehen, dass viel von uns abhängt, aber auch viel von Russland abhängt. Ohne mit ihnen zu sprechen, müssen wir das Ergebnis angeben, in dem wir uns befinden. Wir haben bestimmte Ziele erreicht, wir haben bei dem, was wir erreicht haben, aufgehört, wir stehen oder schießen. Morgen zum Beispiel werden wir von Artilleriebeschuss erfasst. Wir werden uns zurückziehen und übermorgen wieder in die Offensive gehen. Natürlich haben wir unsere Wünsche und unsere Ziele. Ja, wir wollen unsere Territorien zurückgeben und diesen Krieg beenden. Aber wie das alles sein wird und wann es sein wird, hängt leider davon ab, wann wir mit Putin sprechen. Ich denke, dass der Dialog der Ukraine mit Russland stattfinden wird. Aber es ist unbekannt, in welchem Format, mit oder ohne Vermittler. In einem breiten Kreis oder auf der Ebene der Präsidenten. Ob es sich um ein bilaterales Gespräch oder unter Beteiligung anderer Länder und Diplomaten handelt von beiden Seiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Rede ich viel? Nein? Ich sage nicht viel? Nein, du kannst. Vielen Dank. Beispielsweise sind Sicherheitsgarantien ein wichtiger Vertrag, ein Dokument und eine sehr wichtige Voraussetzung dafür, dass es sich nicht nur um ein fiktives Stück Papier handelt. Er muss wirklich arbeiten und uns helfen. Unseren Kindern, anderen Menschen, Führern des Staates in der Zukunft. Dass dieses Dokument zur Grundlage für die Sicherheit des Staates und der Gesellschaft der Ukraine wurde. Heute erwägen wir eine Reihe von Sicherheitsgarantien für Partnerländer, denen wir vertrauen. Wir entwickeln ein Projekt zusammen mit ihnen. Wir haben es teilweise entwickelt. Wir mögen einige seiner Elemente. Einige. Wir Ukrainer wollen zu viel. Und sie als Europäer sind zu skeptisch. Also werden wir irgendwo am Rande unserer Interessen eine Antwort finden? Die uns sehr wichtig ist. Denn wir brauchen die Ratifizierung in den Parlamenten der Garantieländer, um die internationale zu unterstützen Vertrag. Wir wollen wieder. Wir wollen wirklich. Das ist unser Ziel. Ein separates Abkommen. Heute ist alles so weit gekommen, dass das Abkommen einen Kreis von Partnerstaaten um die Ukraine ohne Russland vorsieht. Russland sollte nicht zu den Garanten der Sicherheit gehören. Bucha hat einige Dinge geändert. Die Zeit ändert auch die Einstellung zu einigen Dingen, und nicht einmal, wohin wir uns bewegen, sondern wie sich Russland verhalten hat. Wer ist bereit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, und wer nicht. Jeden Tag eine andere Situation. Es hängt alles von der Zeit ab. Heute haben wir ein Abkommen, das derzeit geprüft wird. Und es sollte ein separates bilaterales Gespräch mit Russland, mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, geben. Was nach der Unterzeichnung passieren wird und wie die endgültige Fassung dieser Vereinbarung aussehen wird, wir werden sehen. Es wird ein Treffen geben oder nicht. Es wird das Ergebnis, schreckliches Mariupol, geben. Oder wir werden nach Mariupol oder Volnowaka in der Region Donetsk gehen und fünf Gemälde sehen, die Bucha ähneln. Gott bewahre, oder vielleicht auch nicht. Wie sie sich zum Beispiel mit den Verteidigern von Mariupol verhalten werden. Ich sagte, als es einen Bombenanschlag gab, wenn sie Menschen zerstören, die auf Assovstahl waren, wird es nie wieder einen Dialog mit Russland geben. Heute sehen wir, sie haben sozusagen die Möglichkeit gegeben, eine Form gefunden, um das Leben dieser Menschen zu retten. Und sie haben sie herausgenommen. Dann wird es einen Austausch geben. Vieles hängt auch von den Ergebnissen dieser Prozesse ab. Das ist, was ich meine. Daher fällt es mir schwer zu sagen, worüber wir sprechen und welche Themen wir ansprechen werden. Im Allgemeinen habe ich ein Verständnis und Antworten auf die schwierigsten Fragen zu Donbass. Aber dies sind meine Antworten. Und wir müssen die Antworten anderer kennen. Sie sprechen in Ihren Ansprachen über die tägliche Situation, Herr Präsident. Und ich als Journalist, als Redakteur und als Bürger möchte Ihnen danken, weil Sie aufrichtig, offen und emotional sind. Aber ich habe eine Frage an Ihre Frau. Sehr gut. Ich sage es Ihnen offen, ich höre immer auf den Präsidenten. Ihre letzte Rede war in Cannes. Ich habe morgens das Telefon aufgemacht, die ganze Rede gelesen und angehört. Wirklich offene, emotionale und menschliche Worte. Die Welt ist jetzt sehr kompliziert. Sie ist nicht bereit zuzuhören und die Dinge beim Namen zu nennen, aber Sie können es tun. Frau Olena, ich erinnere mich, dass Sie damals in einem Interview gesagt haben. Nun, ich werde wahrscheinlich nicht die Redenschreiberin des Herrn Präsidenten sein. Aber ich werde die Texte redigieren können. Also möchte ich fragen, bearbeiten Sie sie? Nein, ich bearbeite nicht. Es scheint mir, dass ich das nicht mehr tun könnte, weil Ihre Arbeit bereits einen so großen Umfang erreicht hat, dass ich vielleicht nicht einmal Zeit hatte, ein solches Arbeitsvolumen physisch zu verarbeiten. Und das will ich gar nicht mehr. Es scheint mir, dass sowieso alles immer besser wird. Über literarische Dinge kann man sich natürlich streiten. Wir können, wir streiten uns sogar manchmal. Manchmal sind mir ein paar Tricks nicht genug. Und manchmal sind es zu viele. Es scheint mir, dass mit den Empfängen dort alles in Ordnung ist. Dann zu viel. Auf diese Metapher konnte hier verzichtet werden. Zu viele Beispiele. Du könntest drei setzen, nicht sieben. Sehr lang. Fest. Halt. Aber all dies geschieht nach der Rede. Wir diskutieren, was bereits passiert ist. Ich glaube, ich habe andere wichtige Missionen. Ich sehe, dass sie mit dem Team sehr gut zurechtkommen. Die Texte zeigen dich also noch nicht? Nein. Und ich habe nicht einmal diese Gelegenheit. Ich denke, dass Volodymyr selbst nicht immer alle Texte im Voraus sieht. Aber er überwacht immer, wie diese Arbeit abläuft. Ich denke, das ist die richtige Form und Herangehensweise. Er sagt Redenschreibern immer, was er sagen will. Es werden Gedanken formuliert, die nur noch zu Papier gebracht werden müssen und die man dann schnell redigieren kann. Niemand schreibt für den Präsidenten, was er zu sagen hat. Das ist noch nie vorgekommen. Und deshalb braucht er meine Hilfe nicht, weil es seine Meinung ist, nicht meine. Ich könnte sie vielleicht irgendwie arrangieren. Aber ich hätte länger gebraucht als seine Assistenten. Fällt es Ihnen schwer, diese Reden zu halten? Es ist mir wichtig, nicht die Meinung anderer zu äußern. Es war mir immer wichtig, gut zu verstehen, was ich tue. Ich bin kein Mechanismus. Ich bin kein Roboter. Ich kann nicht alles alleine machen. Und natürlich habe ich keine Zeit, ganze Reden zu schreiben. Aber ich verbringe viel Zeit mit den schwierigsten Appellen. Im Vergleich, meine ich, mit anderen Beispielen. Mir ist wichtig, dass alle meine Gedanken transportiert werden. Ich glaube, dass die Idee einer Rede auch die Aufgabe Nummer eins ist. Das Team ist ehrlich gesagt klein. In der Regel helfen mir ein bis maximal zwei Personen bei der Vorbereitung einer Rede. Wir brauchen nicht mehr Leute. Denn viele Menschen sind viele Meinungen. Und die Aufgabe, die vor uns liegt, ist, wie ich meine Gedanken vermitteln kann. Und das ist dank gemeinsamer, koordinierter Teamarbeit möglich. Ein kompetenter Redenschreiber muss zunächst Informationen sammeln, verarbeiten und einen Text verfassen. Beispielsweise wurde er beauftragt, einen Bericht über die Arbeit des Ministerkabinetts oder eines Ministeriums zu verfassen. Zuerst muss er alle Daten und Zahlen zusammentragen, sie richtig anordnen und den Leuten klar machen. Unsere Leute sind schlau. Aber hier sind die Informationen sehr relevant. Und es ist manchmal für eine ungeschulte Person, nicht für einen Spezialisten, schwierig, sie zu verstehen, wenn der Beruf nichts mit Energie, Landwirtschaft und so weiter zu tun hat. Daher sollte der Redenschreiber nicht jeden Begriff wie ein kleines Kind erklären. Sondern die richtigen Worte wählen, um alles klar zu machen. Wir verstehen, wovon sie sprechen. Denn auch ihre täglichen Appelle sind Arbeit. Und wir, als Menschen, die mit Informationen arbeiten, verstehen, dass es einen fruchtbaren Tag gibt, und manchmal gibt es nichts Besonderes zu sagen. Wie kommst du dann zurecht? Du musst abends rausgehen und etwas erzählen. Ich glaube, dass ich jeden Tag arbeite und mich nicht ausruhe. Also, ich habe definitiv etwas zu sagen. Aber sie haben recht. Manchmal gibt es in den Nachrichten wirklich nichts zu sagen, weil es keine Neuigkeiten gibt. Ja, das wollte ich damit sagen. Wenn es keine Neuigkeiten gibt, ist nichts passiert. Für mich ist es Glück. Das sind gute Neuigkeiten. Ja, das sind sehr gute Neuigkeiten. Wenn es keine Neuigkeiten gibt, sind dies die besten Neuigkeiten. Heute, wenn es Krieg gibt, ist es so. Aber es gibt noch viele andere Arbeiten. Ich denke, dass sie manchmal die Ergebnisse dieser Arbeit bekannt geben können. Zum Beispiel, wenn sie etwas in einer Woche erledigt haben und heute das Ergebnis erhalten haben. Da kommt auf jeden Fall etwas dazwischen, worüber man mit den Leuten reden muss. Eine andere Geschichte, die psychologisch wichtig ist. Ich bin hier wie du. Wir sprechen Menschen an. Sie verstehen, wo du bist, dass nichts passiert ist. Denn ich denke schon. Wenn ich zwei, drei Tage nicht gesprochen hätte, könnten die Leute sicher damit leben. Aber es würden viele Fragen auftauchen. Wohin ist der Präsident gegangen? Tut sich was im Land? Und das destabilisiert die Situation. Sie müssen also mit Menschen sprechen. Und selbst wenn es keine sehr wichtigen Informationen gibt, teilen sie aktuelle Informationen. Es ist jedoch wichtig, mit Menschen zu kommunizieren. Zumindest heute, bis wir gewinnen. Genau zum Sieg. Wir glauben an Sie. Ich will schneller. Ich habe nicht so viele Appelle. Ich denke, wir werden die Einsprüche bearbeiten. Ich möchte ein wenig über den psychologischen Aspekt sprechen. Frau Olena, ich habe kürzlich einen Arzt interviewt. Wir haben insbesondere über Frauen gesprochen. Und ich fragte sie, wie man Frauen gesund hält, denn viele Frauen stehen vor Prüfungen. Der Arzt antwortete, dass Frauen gesund sein sollten, weil es historisch so sei, dass wir viele Probleme lösen müssten. Wie beurteilen Sie die Rolle der ukrainischen Frauen in diesem Krieg? Ich möchte gleich sagen, dass ich die ukrainische Frau immer sehr geschätzt habe. Ich denke, unsere Frauen sind die Besten. Es gibt zwei Millionen mehr von uns in der Ukraine. Frauen sind natürlich überall. Frauen kämpfen in der Bundeswehr. Freiwillige, Ärztinnen, Lehrerinnen. Die meisten Menschen, die arbeiten, sind Frauen. Es gibt viel, was wir Frauen außerhalb unserer beruflichen Tätigkeit tun. Und vor allem sind es Kinder. Wir alle müssen uns jetzt um sie kümmern. Das Bildungssystem wurde neu formatiert. Und jetzt muss jedes Kind ernährt werden. Mit jedem Kind müssen Lektionen gelernt werden. Und das alles wird auch hauptsächlich von Frauen gemacht. Wir fühlen alles. Ich bin sicher, die Gesellschaft sieht es. Und nach dem Sieg werden wir uns an den Heldenmut unserer Frauen erinnern. Und wir vergessen nicht. Und wir werden schon jetzt darauf bestehen, dass die derzeit geltenden Regelungen zum Lohngefälle geändert werden. Notwendig. Geschlechtsunterschiede An einigen Stellen beträgt der Unterschied 20%. Deshalb möchte ich Sie daran erinnern, dass wir uns vor dem Krieg mit diesem Thema befasst haben. Und ich bin sicher, dass wir nach dem Sieg zu ihm zurückkehren werden. Und das wird nicht mehr nur ein rhetorisches Diskussionsthema sein, sondern eine Notwendigkeit. Denn wir müssen zeigen, dass wir diesen Sieg gemeinsam errungen haben. Auf das Thema Gesundheit möchte ich gesondert eingehen. Auch das ist ein sehr wichtiges Thema. Und jetzt starte ich ein großes Projekt darüber. Dies ist ein nationales Programm zur psychischen Gesundheit der Ukrainer. Weil ich nicht voreilig schlecht denken will. Ich möchte nicht über die schrecklichen Folgen des Krieges sprechen. Aber wir stehen alle unter psychischem Druck. Ich bin mir sicher, dass fast jeder von uns psychische Probleme haben kann, sowohl während als auch nach dem Krieg. Es gibt bestimmte Teile der Bevölkerung, die am stärksten vom Krieg betroffen sind, Kinder, ältere Menschen und Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, die ihre Angehörigen verloren haben, sowie natürlich Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehren. Die Folgen von Anfeindungen sind vor allem posttraumatische Belastungsstörungen, die eine Vielzahl von Menschen erwartet. Deshalb müssen wir jetzt alles für das globale System der psychologischen Versorgung tun. Ehrlich gesagt hätten wir gestern damit anfangen sollen. Andernfalls werden wir nicht nur unmittelbar nach dem Krieg, sondern möglicherweise in zehn Jahren sehr schlimme Folgen haben. All diese schlimmen Folgen erwarten uns, wenn wir jetzt nichts tun. Deshalb haben wir eine Menge Arbeit daran begonnen. Wir haben die Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation. Wir erhalten Unterstützung und Fachwissen von Ländern, die sich intensiv mit diesem Thema befassen. Zum Beispiel gibt es ausgezeichnete Protokolle in den Vereinigten Staaten, in Israel, die sich viel mit militärischen Traumata befassen. Und das Erste, was wir jetzt tun, ist, das bestehende System zu auditieren. Wir müssen die kritischen Punkte verstehen, auf die wir uns konzentrieren müssen. Einerseits standen wir vor einem großen Problem. Andererseits haben wir das Glück, dass psychische Gesundheit mittlerweile ein großes Thema in fast allen Diskussionsplattformen weltweit ist. Nach der Covid-Pandemie stieg dieses Problem auf ein höheres Niveau. Stellen Sie sich noch einmal vor. Wir haben eine Pandemie überlebt, und jetzt haben wir einen Krieg. Vor allem Frauen. Frauen an erster Stelle. Und Frauen kümmern sich um uns. Die Ukraine hat einen der höchsten Prozentsätze weiblicher Soldaten in Europa. Das stimmt. Herr Präsident. Uns läuft fast die Zeit davon. Aber ich habe noch zwei Fragen an dich. Lass uns noch ein bisschen reden. Ignoriere das. Ihre Zeit ist sehr kostbar. Er ist sehr wertvoll. Wir haben uns Anfang April mit Ihnen getroffen. Sie haben dann mit ukrainischen Fernsehjournalisten gesprochen. Ich erinnere mich, dass ich darum gebeten habe, dass es in diesem Moment einen Sieg für dich gab. Sie sagten, das Erreichen der Demarkationslinie am 23. Februar vor einer groß angelegten Invasion könne bereits als Sieg gewertet werden. Ein toller Sieg. So. Und was bedeutet Sieg heute für Sie? Ich glaube, dass, egal welchen Appetit verschiedene Teile unserer Bevölkerung haben, das Wertvollste darin besteht, das Leben der größten Anzahl von Menschen und Soldaten zu retten. Das sind mutige Menschen, die bereit sind, ihr Leben für unser Land zu geben. Ich glaube, dass dies unser großer Wert und der wertvollste Schatz ist, wie das Ergebnis dieser Invasion gezeigt hat. Deshalb denke ich schon, Sie müssen an dieser Stelle nicht sehr gierig sein. Auch wenn das unfair ist. Denn Gerechtigkeit wird sein, wenn wir alles nehmen. Exakt. Unser Staat wird alles zurückgeben. Exakt. Deshalb ist es heute das Wichtigste, Zehntausende von Menschen zu retten. Denn niemand gibt kampflos etwas. Es gibt ein Gebiet, das Sie Ende Februar betraten und besetzten. Und es gibt ein Territorium, das Sie vor langer Zeit weggenommen haben, vor ein paar Jahren, und dort eingegraben haben. Da stehen Sie, sitzen, das heißt, tief angesiedelt. Daher glaube ich, dass es ein großer Sieg für unseren Staat ist, die Linie vor dem 24. Tag ohne unnötige Verluste zu erreichen. Ja, ich verstehe. Wir werden unsere Gebiete nicht bis zum Ende zurückgeben. Es ist nicht so einfach. Aber Sie und ich müssen uns den Preis dieses Krieges ansehen. Und der Preis für jede Deokkupation. Trotzdem werden wir alle Gebiete später zurückgeben. Alles ist absolut. Das ist richtig. Wir haben das Rückgrat der größten oder stärksten Armee der Welt gebrochen. Das haben wir bereits getan. Und übrigens, um das vorherige Thema fortzusetzen. Wir haben es auch psychologisch getan. Es ist sehr wichtig. Sie werden in den nächsten Jahren nicht wieder auf die Beine kommen. Aber vergessen wir nicht, dass alle unsere Soldaten genauso leben wollen. Sie haben einfach so einen Job. So ein schwieriger Job. Aber Sie haben auch Familien, Eltern, Ehefrauen, Ehemänner, Kinder. Sie freuen sich, wie jeder von uns, über die Sonne und jeden neuen Tag. Und deshalb möchte ich, dass wir den Wert jedes unserer komplexen Schritte verstehen und den Wert jedes dieser Schritte erkennen, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Denn wir gehen sogar zurück, damit es weniger Opfer gibt. Das alles ist sehr teuer. Wir bezahlen mit dem Leben unserer Bürger. Deshalb wird es ein Sieg sein, vor einer groß angelegten Invasion an die Demarkationslinie zu gehen. Aber ich betone, dass diese Linie vorübergehend ist. Ich bin mir sicher, dass es einen Sieg geben wird. Aber dieser erste Schritt wird zeigen, dass sie uns nicht gebrochen haben und wir unser Land verteidigt haben. Danach gehen wir zum zweiten Teil über. Ich möchte, dass dieses Land klug genug ist, den zweiten Teil am Verhandlungstisch zu halten. Darauf hoffe ich. Und dass das Ergebnis dieses Gesprächs endgültige Gerechtigkeit sein wird. Das ist alles für uns. Und alle Ukrainer verstehen Gerechtigkeit gleichermaßen. Ich hoffe es, aber wie es wird, weiß noch niemand. Herr Präsident, Sie sagten, möge unser Land genug Intelligenz haben. Ich möchte darauf näher eingehen. Nicht über unsere... Genau das hast du gesagt. Nein. Dass der Geist in der russischen Föderation war. Damit Sie verstehen, dass der zweite Teil unserer Beziehung am Verhandlungstisch gelöst werden muss. Und unser Staat hat genug Intelligenz. Er hat von allem genug. Aber trotzdem möchte ich dich fragen. Ich habe keinen Zweifel, dass der Sieg sein wird. Wir glauben an Sie. Wie kann man gewinnen? Aber nicht verlieren? Wenn Sie gewonnen haben, haben Sie nicht verloren. Elena bedeutet langfristige Perspektiven, sodass wir nicht stolz auf unseren Erfolg sind. Wir sind jetzt im Zentrum der Welt. Wir sind im Zentrum der Welt. Ich möchte unseren Status nicht verlieren. Dafür haben wir viel gegeben. Menschen, Energie und Zeit. Letzteres ist natürlich das Kleinste. Aber es ist immer noch schade, Zeit zu verschwenden. Denn es ist die Entwicklung des Staates. Und es ist sehr wichtig, dass sich jeder an den Wert dieser Verluste erinnert. Russland kleidete Kinder in sowjetische Uniformen, in die Uniform der Armee, die den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg besiegte. Sie schufen einen Kult, ohne den Wert dieses Sieges zu erkennen. Und es stellte sich so heraus, innerhalb der russischen Föderation der Kult des Sieges. Gleichzeitig versteht Russland im Kampf mit uns nicht, dass der Wert des Sieges über den Nationalsozialismus die geeinte Welt war. Solche Dinge sind für den Menschen wertvoll. Und sie sehen, was Russland tut. Sie haben ihr Volk, ihre Soldaten, im Stich gelassen. Es gab Kämpfe, Menschen starben. Und die russische Föderation kümmerte sich nicht um ihre Soldaten. Wie auch immer. Kürzlich wurde mir gesagt, dass sie endlich vorhatten, die Leichen abzuholen. Sie stellen sich nur vor. Wann begann der Krieg? Sie taten einfach so, als gäbe es keine Leichen. Als sie dann anfingen, Verluste einzugestehen, nahmen sie eine kleine Anzahl von Leichen mit. Und jetzt fangen sie gerade an zu planen, wie man die Leichen abholt. Wir haben die UN und das Rote Kreuz miteinander verbunden und sie gebeten, all diese Berge von Leichen von Soldaten zu beseitigen. Und für uns ist das Leben aller sehr wichtig. Daher ist es wichtig, nicht den Kopf zu verlieren und sich daran zu erinnern, wie jeder Krieg, jede Besetzung, jede aggressive Politik enden kann. Dass all diese, Siege, von ihnen, wie die Besetzung der Krim oder des Donbass, sehr vorübergehend sind. Ich bin mir da sicher. Unbedingt. Und in der Geschichte wird es nicht einmal eine Spur von ihnen geben. Alle diese Gebiete werden an die Ukraine zurückgegeben. Denn das sind unsere Ländereien. Ich bin mir da sicher. Sie werden auf jeden Fall wiederkommen. Ja. Sie werden auf jeden Fall wiederkommen. Ich bin mir sicher. Denn die Wahrheit ist auf unserer Seite. Wissen Sie, wie viel Respekt die Ukrainer in der Welt haben? Die Ukraine ist jetzt in Mode. Es gibt Menschen, die nichts für die Armee oder den Sieg getan haben. Aber dennoch, wenn Ausländer sie treffen, als Helden gelten. Sind Sie Ukrainer? So? Ach, Held. Kann ich Ihnen mit irgendwas helfen? Und es ist schön, dass wir nicht nur zum Helfen begrüßt, sondern zuerst mit Respekt begrüßt und erst dann gefragt werden, ob Sie bei etwas helfen können. Ich denke, Sie spüren den Unterschied. Respekt. Stärke, nicht Schwäche. Ich möchte noch einmal herunterladen, dass es für uns jetzt sehr wichtig ist, diesen Status nicht zu verlieren. Aber das ist wohl das falsche Wort. Dies ist kein Zustand. Verlieren Sie diese Modernität nicht. Dies ist eine Manifestation der Ukraine als Nation. Außerdem ist die Ukraine nun geeint wie nie zuvor. Deshalb können wir diesen Krieg nicht verlieren. Ich wollte dir erklären warum. Denn dieser Krieg ist nicht gegen Russland, sondern mit Russland. Das sind verschiedene Dinge. Ich hoffe, Sie verstehen den Unterschied. Das ist also kein Krieg gegen Russland. Das ist ein Krieg mit Russland für die Ukraine. Die Wahrheit ist bei uns. Wir kämpfen für uns selbst. Es ist wichtig. Das ist eine starke Position. Wir sind keine Aggressoren. Wir sind nicht in das Land eines anderen gekommen. Nein, nein. Ich kämpfe für mich. Aber mit dir. Jetzt befinden wir uns im Krieg für die Unabhängigkeit. Und wir können es nicht verlieren. Denn wir kämpfen erneut für unsere Freiheit und unsere Souveränität. Und das alles gehört uns. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch psychologisch. Darüber sprach Elena. Psychologisch gesehen müssen die Menschen verstehen, was passiert. Du kannst nicht für dich selbst verlieren. Die Einstellung zu den Dingen anderer Leute ist angemessen. Selbst wenn jemand sie dir wegnimmt, ist es dir egal, weil sie nicht dir gehören. Aber du kannst deine Sachen nicht verschenken. Und sie müssen für zukünftige Generationen verteidigt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ruhm der Ukraine. Ehre den Helden.